Auhof ist ein Gebiet im Westen Wiens und eine der Wiener Katastralgemeinden. Der Name geht auf einen seit dem Mittelalter nachgewiesenen Gutshof am nördlichen Rand des Leinser Tiergartens zurück. Geografie Auhof im engeren Sinn Der historische Auhof befindet sich am westlichen Ende der Hofjagdstraße im 13. Wiener Gemeindebezirk Bei der über die parallele Wien-Teilstraße führenden Auhofbrücke in Nachbarschaft zum nördlich-parallelen Wienfluss und zum Pulverstampftur des Leinser Tiergartens. Westlich des Auhofs beginnt die nach Linz und Salzburg führende Westautobahn A1 bei ihrem Exit 9, der Autobahnstation Wien-Auhof. Unter Auhof wird heute neben der Autobahnauffahrt vor allem das stark frequentierte Einkaufszentrum Auhof verstanden, das zwischen Wienfluss, Leinser Tiergarten und Weidlingau im Mitte der 1960er Jahre entstandenen Industriegebiet Auhof gebaut wurde. Die Wiener Opposition verlangt die Verlängerung der U-Bahn-Linie U4 von Hütteldorf bis Auhof. Katastralgemeinde Katastralgemeinde Auhof ist die Bezeichnung einer Verwaltungseinheit des von der Justiz geführten Grundbuchs, der öffentlichen Dokumentation des Grundeigentums. Sie liegt heute im 13. Gemeindebezirk Hitzing und zu einem geringen Teil im 14. Gemeindebezirk Penzing. Insgesamt erstreckt sich die Katastralgemeinde über eine Fläche von 2.554,61 Hektar, wo von 2.532,61 Hektar in Hitzing und 22 Hektar in Penzing liegen. Den größten Teil der Katastralgemeinde nimmt mit 2.450 Hektar der Großteil des Leinser Tiergartens ein, der in Wien liegt. Hinzu kommen der Hörnelwald und andere Siedlungen auf ehemaligem Tiergartengrund wie die Friedenstadt, die Siedlung Auhofer Trennstück und die Kongresssiedlung im Südwesten des 13. Bezirks sowie Teile des Bierhäuselbergs im 14. Bezirk. Die Katastralgemeinde Auhof grenzt im Norden an die Penzinger Katastralgemeinden Hadersdorf, Weitlingau und Hütteldorf. Im Osten an die Hitzinger Bezirk Steilehecken, Ober, St. Veit, Leins und Speising. Im Süden an den Liesinger Bezirk Steilmauer und im Westen an die niederösterreichischen Gemeinden Purkastorf, Lab im Walde und Breitenfurt bei Wien. Geschichte Auhof im engeren Sinn Das im Norden des Leinser Tiergartens gelegene Gut Auhof wurde 1194 erstmals urkundlich erwähnt. Bis ins 16. Jahrhundert unterstand es der Grundherrschaft der Johanniter und war lang im Besitz reicher Wiener Bürger. 1560 kaufte Kaiser Ferdinand I. als Landesherr von Niederösterreich den Hof, der nun zum Sitz des kaiserlichen Forstmeisters wurde und das Tiergartenareal von einem Kloster. Bis 1919 stand der Hof nun als Forst- und Jagdhof in Verwendung. Dann ging er in den Besitz des kriegsgeschädigten Fonds über und wurde mit Vertrag vom 19. Jänner 1938 wie der ganze Leinser Tiergarten vom Bund der Stadt Wien überlassen. Katastralgemeinde Die Geschichte von Auhof als Katastralgemeinde beginnt im Jahr 1848 mit der Aufhebung der Grundherrschaften. Infolgedessen wurde 1851 die Katastralgemeinde Auhof als Teil der selbstständigen Gemeinde Hadersdorf-Weidlingau gebildet. Der Fasselberg, der gesamte Maurerwald und das Gebiet der späteren Siedlung Auhofer Trennstück gehörten noch zur selbstständigen Gemeinde Mauer. Von der Gründung des 13. Wiener Gemeindebezirks Hietzing 1890-1892 blieb die Katastralgemeinde Auhof zunächst unberührt. Als die Tiergartenmauer 1912 versetzt wurde, entstand nunmehr außerhalb des Leinser Tiergartens in der Gemeinde Mauer bei Wien das sogenannte Auhofer Trennstück. Ursprünglich hätte dort die Tierärztliche Hochschule errichtet werden sollen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zur vollständigen Abholzung des Gebiets. 1920 pachtete die Stadt Wien das Gebiet und gab es an Subpächter weiter. Ein Teil wurde als Viehweide verwendet, den Rest erhielten die Koloniesiller und der Kleingartenverein Mauer, die dort eine illegale Siedlung errichteten. Der Schrebergartenverein Koloniesiller wandelte sich 1921 zur Siedlungsgenossenschaft Auhofer Trennstück. 1925 wurde der Pachtvertrag durch die Stadt Wien nicht mehr verlängert, die Siedler kauften nun die Grundstücke. Zu einer de facto Legalisierung der Siedlung kam es 1928 durch den Bau einer öffentlichen Wasserleitung. Ein Gemeindung 1938 Bezirkszuteilung bis 1956. Bei der Schaffung von Groß Wien wurde die Katastralgemeinde Auhof am 15. Oktober 1938 in Wien eingemeindet. Der äußerste Norden wurde dem 914. Gemeindebezirk Penzing, der Leinser Tiergarten dem neu geschaffenen 25. Gemeindebezirk Lesing. Zugewiesen, das außerhalb der damaligen Katastralgemeinde Auhof gelegene Gebiet des Auhofer Trennstücks kam zum 13. Gemeindebezirk Hitzing. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde parallel zum 1946 beschlossenen, zunächst durch die sowjetische Besatzungsmacht mittels Veto verhinderten und daher erst 1954 in Kraft getretenen Gebietsänderungsgesetz die Wiener Bezirkseinteilung geändert. 1956 kam der Leinser Tiergarten von Lesing nunmehr 23. Gemeindebezirk an den 13. Gemeindebezirk Chitzing. Ferner wurde die Katastralgemeinde Auhof in ihren heutigen Grenzen festgelegt, also einschließlich Teile des Bierhäuselbergs sowie der vormals zur Katastralgemeinde Mauer zählenden Gebiete im südlichen Leinser Tiergarten. 1960 wurde der Tiergarten um Flächen in Lab im Walde erweitert, sie zählen nicht zur Katastralgemeinde Auhof.